Gut, damit ist die zweite Halbzeit. Den Titel werde ich nachträglich ändern. Ich tippe mal drauf, dass süß oder sauer ist. Zeig doch. Und sauer ist hinten. Wir stehen auf dem zweiten. Ist das ein Mist? Ja, ich mach mich. Die Puppe ist schade. Ich halte die Hände und sie machen. Das ist ein Schwerdmorscher Reservoir. Das ist die Dreifahrtkampf-Arena. Gut. Die erste Fall zur zweiten Halbzeit werde ich ein bisschen länger machen lassen. Aber ich bin dann total müde jetzt auch ein bisschen. Das ist ein... Das ist ein... Das ist ein Schwerdmorscher. Gut. Na, ich werde erstmal im Nachhinein noch die Folgentitel ändern. Gut. Auf geht's. Das ist ein Schwerdmorscher. 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 Ach nee. Das ist ein Schwerdmorscher. Ich wurde in einer anderen Rolle gesteckt. Wahrscheinlich meine Intimen. Das ist ein Schwerdmorscher. Dann gab es Schwerdmorscher. Das ist ein Schwerdmorscher. Ach saisch. Pulsassen am Erläutern Unterteilung. Dass ich commoditiesừng. Auf geht's. Spannende equilibriancen. Was? Ihr schwerdmorscher cream. Das ist... Missed! Das ist... Das ist schon mal so weit weggekehrt. Ich würde mal wissen, welcher Team ich war, aber ich glaube, das war diesmal. Oh ja. Nein, meine Freunde sind am Offline. Oh ja. Halt her! Halt her! Aber ich überlege noch was Besonderes. Das werde ich in der nächsten Feuerwehr von der zweiten Halbzeit machen. Könnt ihr gerne einen Kommi schreiben und ich werde es vielleicht auch auf Titterbrust verteilt sich davon, wenn ich ... Oh, Team Scharf gegeneinander. Oh Mann, jetzt beginnt diese Scheiße noch. Ja, weil in den anderen Team, die im Lila ist, rausgejoint sind. Oh, das kotzt den an. Und das bei der zweiten Halbzeit, das ist ja total Katastrophe hier. Ja. 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 Das war's für heute. Na ja, volle Katastrophe schlechthin. Na endlich ist das mal ein Kampf nach meinem Geschmack. Ich denke mal, es waren nicht so viele Spieler davon. Das war's für heute. Das war's für heute. Aber ich tippe mal drauf, dass Team Süß schon wieder gewinnt. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, du kriegst gleich Besuch auf dem Schalk. Für dich wird's gleich halt abgeschickt. Meine Güte, nee! Das ist mein Teammate in Ruhe. Das war's für heute. Das war's für heute. Arschteige! Das kann ja nur krank werden. Das war's für heute. Game over. Naja. Naja. Ich hoffe ihr kriegt Diabetes, Team Süß. Halt bloß ab. Bei dem Anblick kriegt man Zuckerschock und Inken als Kasper. Bei zu viel Süßkram. Ne, ne, ne. Bei zu viel Süßkram. Ne, ne, ne. Bei zu viel Süßkram. Vielen Dank. So, einmal drei Farben. Dass die jetzt jedes Mal kommen, ist auch irgendwie ein bisschen übertrieben, finde ich. Den kann es da vorher noch besser wollen, noch überraschend kamen. Gut. Na, ob wir das schaffen, ist fraglich. Bei der Härte vom Team Süß. Das ist ja krank. Das ist ja krank. Das ist ja krank. Das war's für heute. 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 Klasse. Nee. Der ist zu übertrieben stark hier. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Gut. Gut. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Und... Und... Das war's für heute. 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 Das war's für heute.